ein herzlich willkommen liebe zocker freunde zu einem spiel dass ich mir mal rausgesucht habe zum zocken weil da gab es eben gerade bei steam ein update von 2,7 gigabyte und ich habe nichts darüber gefunden was es da gab und ich habe eine ganze zeit halt carlos reichs source auch gesuchtet und ich verliebe gerade alter was 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 könnte das alles so sein was soll das gelbe ausrufe zeichen zuschauer ich kann es ldn verzeichnung option sieht eigentlich graficheinstellung aus okay 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 ist auch geil ich spiele am pc und kann aber den so gibt es hier noch irgendwas was man hier aktivieren kann bewegungsunschärfe kann mal alles so bleiben so spiel suchen muss ich jetzt mal rausgehen spiel suchen operation phoenix was sollten das hier mit dem pass kaufen das vorhin schon gelesen was ist operation phoenix das muss ich mir noch extra kaufen wenn sie einen eigenen pass um phoenix karten auf der offizie selber zu spielen schneller an exklusive waffen lackierung zu kommen die statistik ream zu speichern aber möchten sie jetzt ein paar genau nene 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 aber überlegen wollen wir jetzt spielen oder gibt es eine strafe wie jetzt das ist ein wettkampfspiel von bis zu 90 minuten werden sie das spiel abbrechen nachdem sie annehmen geklickt haben erhalten sie eine strafe wie jetzt ich muss ganze 90 minuten muss ich durch zocken bis ich abbrechen da ist es mir ein bisschen zu tun muss auch noch irgendwie anders gehen community genau filter nicht passwort zwischen und keine sorgen ich habe irgendwie mal ein bisschen bock auch ein bisschen ein bisschen kann es so ich weiß es gar nicht wieso ich den internen dings kann ich mir habe gibt es hier noch irgendwie so ein de server ich dass mich dann nachher irgendwelche russen da platt machen hier polen server konkurs server das ist ja auch toll ich wollte jetzt aber schön das ist das immer wenn man so auf die schnelle mal einfach mal ein bisschen was spielen wir den wir hier das sind aber mir auch ein bisschen zu wenige das ist hier tun dieses tool 24 28 wir haben auch auf die schöne alte das habe ich irgendwie mal gerade ein bisschen bock das 2 ist das mit dem bomben szenario und es werden wieder unheimlich viele daten runtergeladen irgendwelche sounds aus quake 3 arena ich fand das damals schon immer geil ich muss aber sagen ich hatte damals wo global fern ist kurz danach rausgekommen ist habe ich irgendwie so einen sonderpreis gekriegt für die hälfte es kam glaube ich für 18 99 und ich habe es irgendwie nicht mal die hälfte ich habe es für acht euro oder so gekriegt dachte mir ja scheiße auf acht euro kannst du mal investieren und so ist jetzt nicht hier die grad die welt und so und wird man auch nicht abend von und ich muss aber dazu gestehen dass die spielweise von global offensives mich nicht ganz so vielleicht auch einfach daran dass es das spiel mir dass mir das spiel einfach ich glaube 30 sollte ganz gut sein also die bewegungen irgendwie viel starrer wirken als sie noch bei source waren also versteht ihr was ich meine so und ich bin ja battlefield zog jetzt geworden und jetzt kannst du dir gar nicht vorstellen was das für eine umstellung ist von battlefield auf common strike das ist wie tag und nacht ich habe den gekriegt ich glaube ich habe den gekriegt oder ich habe den gekriegt oder ach das war ein gegner alter gott im himmel all der bewahrer ich habe wenigstens auch ein abgeschossen aber die seht ihr dass das ist die 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 bewegen die bewegungen sind einfach irgendwie in einem der einfach nur naja auf jeden fall habe ich irgendwie das gefühl dass das hier einfach so starre spiel geworden ist aber ab und an macht das schon noch mal spaß irgendwie zu zocken wie gesagt ich habe es mal von der woche irgendwie mal rausgekramt ja was heißt rausgekramt das ist ja bei mir so und hab das mal gespielt und musste mich die bewegst ungewöhnen an die an die spielweise wie gesagt und es ist äh grafisch ganz anders als battlefield und co ja ich weiß gar nicht irgendwie war es eigentlich normal mps die habe ich doch mal boah leck mich doch was soll denn das alte ich stand da genau im ding und bin natürlich nicht weggegangen was mein anfänger fehler ich habe jetzt eben gerade gesehen so halt wie er da oben stand und in seine ak geschossen hat so das sah irgendwie so als ob das so ein kleines starkes männchen ist und auch die bewegung so wenn man halt aus der ego perspektive so so starr aus als wenn man so ein kleines starkes schwirr aber vielleicht kommt mir das auch nur so vor ja oh oh ja nun haben die anti-antis gewonnen die anti-antis oh ne warte mal ganz kurz sieben ok so jetzt nochmal das gleiche kaufen ok laufen tue ich nie mehr wenn ich auf die schiss-taste sch-schiss-taste drücke ähm das ist aber scheiß ich hab nicht die richtige braffe gedacht oh da sind doch unsere drunter die sind bestimmt alle runter in den tunnel und ich dödel alter lauf da rein was für ein hoschi alter ja da stand er mit der axt im walde so da hinten ist keiner mehr schöne matschige texture drin das fand ich auch schade also dass die äh äh ja dass die texturen nicht wirklich besser geworden sind mit der neuen source engine mit der neuen source engine also äh mit der von half life 2 es ist ja nicht so dass nicht mehr gehen würde ja also die macher von black mesa oder so oder hier diesem cinematic boss ähm die haben es ja bewiesen dass es besser geht ja stecken die sich hier schon gegenseitig ab jeder will die bombe entschärfen sieger wir sind nicht die sieger so eine verdammte axt äh machen wir jetzt noch eine runde mit ja wir sind ja wir haben uns ja gerade noch nicht so richtig eingeschritten es gibt nochmal die das 2 ich dachte es würde jetzt eine andere map kommen weil irgendwie sollte das doch so sein ne so automatisch wählen automatisch wählen automatisch wählen achso ok das ist hier wieder so eine aufwärmerunde also da hätten sie wirklich ein bisschen mehr bringen können oder ich vergesse immer ich vergesse immer dass ich jetzt hier äh im counter strike immer ähm rechts klick also den rechten maus klick ähm als äh dings habe ich habe keine muni mehr ich habe keine muni mehr ich habe keine muni mehr das haut doch nicht alle ab ey ich setze mich hier hin bei diesen schrecklichen texturen aus dem Jahre 1989 auch hat so ich habe die bombe ich habe die bombe nimm mir mal jemand die bombe ab ok pistole 5B, 5B Ey, 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 guck dich Nein Das ist doch hier gecheatet, Alter Schade, gecheatet Wenn es glaube ich die größten Cheaters gibt Dann doch glaube ich hier Oh, ich kann nicht weit Der, der war es auf jeden Fall nicht Was ich jetzt ganz cool finde So ein bisschen, ja, modifizieren, glaube ich Nicht ganz so, aber Sagen wir mal Go, go, go Go, go, go Erstmal Wo bin ich denn jetzt eigentlich so spezial denn? Achso, okay Kleiner Huren-Sack, Alter Na komm schon Ach, so ein Cheater, Alter Mit einer AK-47 blaues Laminat Wo ist er denn da, Alter? Electric Hive, Alter Das ist ja Das ist ja Mörgel Habt ihr das gesehen, wie der den Das war schon, ähm Ein bisschen crazy, oder? Ein bisschen, ein bisschen crazy Wir kommen uns aber noch in eine andere Waffe Das war die E Okay Hier ist ein Sniper Kann uns aber auch mal einen AK Oh ne Granaten Oh ne Granate Wir blenden Blenden-Granate-G3 Ah, da standen sie schon wieder Die Rotz-Bangels Quickly Ey, das gibt's doch nicht, Alter Mit der letzten Muni Muss er mich denn ja gekriegt haben, Junge Siehst du's doch Ey, du klaust Du klaust doch meine AK, Alter Er ist nicht oben Das ist schon wieder, Alter Ja, dafür hast du auch den Tod verdient Wer beklaut denn bitte schon einen Tod? Was hat er denn da? Eine orangene Oh mein Gott Gibt's das auch nicht? Ja ne, da gehen wir jetzt auch nicht So Tschüss Ach, jetzt leg mich doch auf den Aschen, Alter Das ist eher der Lieblende Für, für'n Cell-Junkie, Alter Na toll, Alter Ja, der läuft erst mal mit nem Messer in zwei Zweikampf, Alter Das ist ja hier Er klaut hier schon wieder Waffen Von Toten Könnt doch ne Waffe von nem Toten Ja Im Zweikampf Nimm ich Nimm ich natürlich immer die Sniper Vorwecken Das ist auch schon So, der tote Zocker muss auch mal Wird schreiben Mit meinen kleinen Apfel raus Guter Ding Dies hat's gewirkt Dies hat's gebracht Dies hat's gebracht Dies hat's gebracht Operation Bravo Verdienstmütze Gammelface Gummelface 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 Na der ist doch hier unten Hier ist auch Okay, ne, hab ich doch gesehen Den hast du doch schon, ne Den hab ich doch schon gerochen Durch seinen, äh, Schweiß So, ähm, was wollen wir jetzt mal nehmen Lassen wir mal wieder ein paar Letters hier nehmen Die Diener Könnte man sich eigentlich noch Rüstung kaufen Ne Oh, warte, warte Jetzt konntest du dich da Kann ich nicht kaufen Kann ich nicht kaufen Kann ich nicht kaufen Okay, okay, okay Okay Okay, da oben steht einer Er brauchen wir nicht in den Arsch Gummelface 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 Und wo ich da der Bessere bin Wart der Wurde mich abgenietet? Wo? Bitte wo? Ey, so ein Sackgradenjooring, alter mal Hätte der vorher nicht das Ding noch angekündigt, halt ja, denn wäre das was anderes. Was bedeutet denn jetzt A, bitteschön, in der Katastrophe? Adaption? Am Arsch? Also war der Kill, der eine Kill war am Arsch. Also ich habe einen richtigen Kill, einen am Arsch und sechsmal wurde ich getötet. Das ist eine Statistik, mit der lässt sich leben. Besonders mit der... Wir waren das wahre Terroristen-Game mit ihrer Waffe und... Achso, da kann ich noch sehen, Genauigkeit und so. Wir versuchen es mal hiermit. Was ist das, so small guys? Das ist noch nicht so fett. So fett bin ich nicht. Go back, boom. Go back. Aber du? Flashback. Leck mich doch. Alter, habe ich ihn gekillt? Leck mich doch am Arsch, Alter. Jetzt muss ich gleich mal gucken, habe ich ihn gekillt? Ah, ich habe den Eindruck gekillt. Super gut. Super gut. Super gut. Gut. Ich habe den Eindruck mit 1, 2, 2 Points. Weil er total... Oh, was ist das? Der arme Junge, der hat er doch auch gar keine Chance gehabt. Ja. Ich finde die Waffe ganz geil. Auto-Teams-Balance. Balance. In the next round. Trotzdem noch nicht ganz erkannt. Ja. Boah. Das war noch Cheat, denn die haben noch nicht gewusst, dass ich das... Los, was ist das hier? Pinkies, äh, äh, Skorpion. Skor... Skorpion. Skorpion. Wollte ich gerade sagen. Kugloch. Ultra-Violet. Welche Pussy holt sich, bitte schön, sein Maschinengewehr in Ultra-Violet. So, jetzt haben wir mal scheiß der Hund drauf, Alter. Wir holen jetzt hier mal uns mal... Uah, uah, uah. Ach, die hatten wir doch schon mal. War gut, wir spüren. Sie lüppeln mich doch sogar gleich wieder ab, wenn ich da hier rauskomme. Flashback. Great. Great. Muss auch nicht. Cool, yeah. Yes. Ja, wo willst du denn jetzt hin? Du Blödmann. Mit der Bombe. weil ich dann wieder... Pfff Ach das war doch klar alter Ich war ja auch da irgendwie total bescheiden schön oder? Wo wollen wir jetzt überhaupt hin hier? Ihr seid alle so desillusierend Komm hier, schlitz dich du! Komm hier, komm schon! Pass auf Glück an Nein, das hat sich doch eben gerade vor dem Karte gelungen, oder? Geh du vor! Geh vor! Ich will mich nicht abknallen lassen Geh schön langsam Jep 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 Wut Jep Wut Ich lebe noch Ich glaub's ja nicht Ich lebe noch Und die Bombe wird gelegt Hallo? Wut 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 Oh my god Ich hab die doch nicht, ne? Ne, ich hab sie nicht 15 seconds, oh my fucking god Hab ich die Bombe? Eigentlich doch nicht, oder? Doch ich hab die Bombe! Hahahaha Scheiße Das war, das war äh Super geil jetzt eben grad Und äh Ich bin erstmal raus für heute Also, bis dahin liebe Zuckern, meine Und This is holiday Ciao, ciao Go, go! Ich bin mal Ich bin mal Ich bin mal dick D im